Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Publikum und Autos, weil das ist einfach so klasse, diese ganzen Emotionen, die hier freigesetzt werden. Erstmal mit den Autos, dann auch mit dem Publikum, dass sie so dahinter stehen. Das ist ja auch Motorsport zum Anfassen. Da ist nicht was abgesperrt oder irgendwas, sondern die Leute, die können den Kotflügel anfassen, die sagen, hey geil. Das ist einfach schön und das ist einfach ein Flair und eine Atmosphäre, himmlisch. Wir haben noch nie ansatzweise einen Renntag hier in Ubrus gab, wo so viele Menschen da waren. Und so eine Begeisterung unter dem Besuchern und das sind Momente, die wir natürlich auch genießen. Überall wo man ist, Menschen sind gut zufrieden, reden miteinander, diskutieren miteinander. Und ich glaube, das mag diese Veranstaltung aus. Was für sich ein Sensationell ist. Dass du viele Zuschauer hast, die Begeisterung da, uns kennen natürlich auch, der eine oder andere kennt uns. Dass wir auch ein paar Fans hier an der Strecke haben, ist schon schön. Also man fühlt sich schon so heimatlich. Und ich glaube, das ganze Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.